Strafe zahlen muss auch noch. Nirwana wahrscheinlich. Habe ich auch aufgeschrieben, Margot. Also wirklich, weißt du, da schreibt mir, liebe Zuhörlinge, ja, dann schreibt mir Margot immer so, ja, hier ist meine Liste mit meinen Themen, schreib gerne was dazu, was du noch berichten möchtest, überrasch mich mit deinen Themen. Dann mache ich das und dann trägst du immer noch nachträglich heimlich auch noch Themen ein und dann denkst du immer, ich bereite nichts vor. Das ist ja jetzt alles erst danach erzählt. Erzähl mir, was bei Nirwana gerade los ist. Ja, das Kind von dem Plattencover von Nirwana, Never Mind, hieß die Platte von vor 20, wahrscheinlich 20 Jahren. Von vor 30 Jahren. 30 Jahren, sage ich doch. Das Kind ist ein Säugling zu sehen, unter Wasser in einem Pool, der nackt in einem Geldschein hinterher taucht. Richtig. Das ist das Plattencover, sehr berühmt. Heißt Spencer Erdl? Also der Typ, nicht das Album. Du wolltest doch, dass ich was dazu erzähle. Entschuldigung, mach doch was, ich sag doch gar nichts. Hast du schon, liebe Margot. Margot, kannst du nicht einfach mal deine Schnute halten? Ich bin doch ganz ruhig und lutsche an meinem Gerib. Margot, ich möchte heute noch abends was essen, verdammt nochmal. Okay, schacker dich runter, Juressica. Es ist nur Margot. Es ist nur Margot, du bist gleich hier raus aus dieser Wohnung und dann kannst du wieder ein richtiges Leben leben. Ohne diesen alternden Transvestiten auf dem Fahrrad mit schütterem Haar. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020